herrlöchen ihr lieben ja und damit ist es soweit ist das fertig das ist die box von den neuen lennys und habe ich mir richtig mühe gegeben ich habe ein kleines begleitbüchlein dazu gemacht für euch alle karten einmal drin stehen mit zeit und allen weiteren aspekten also zumindest das grundlegendste ist da ja handmade by me myself and i ja das ist das deckblatt der rückseite die ist auf allen karten drauf ja und jetzt die karten einmal alle im detail könnt ihr sie euch mal angucken der mond das buch das labyrinth die würfel der reiter der sarg der park die lupe die eulen der fuchs das herz der der hund die blumen die lilien der turm die roten die sense die sonne die wolken der brief dame nummer eins der ring der kompass die störche das kreuz das kind die brücken der stern der berg die mäuse der brunnen der bär die uhr beziehungsweise zeit das haus herr nummer zwei dame nummer zwei die wege das schiff die stange der klee die fische die engelsflügel der anker der schlüssel der baum herr nummer eins und die maske ja voila das ganze ist jetzt in meinem shop erhältlich kein recherches ganz no delf ein 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 Vielen Dank.